Frage Das Verhör vor Pilatus Jeweils zum Fest pflegte der Stadthalter einen Gefangenen freizulassen, den das Volk verlangte. Wessen Freilassung forderten die Hohepriester, die Ältesten und das Volk? Antwort Sie forderten die Freilassung des Barabbas. Das Verhör vor Pilatus Als Jesus vor dem Stadthalter stand, fragte ihn dieser, Bist du der König der Juden? Jesus antwortete, Du sagst es. Als aber die Hohepriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Stadthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Stadthalter einen Gefangenen freizulassen, den das Volk verlangte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Jesus Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war, was wollt ihr? Wen soll ich freilassen, Jesus Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten. Ich habe heute seinetwegen im Traum viel gelitten. Inzwischen überredeten die Hohepriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Stadthalter fragte sie, wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen, Barabbas. Pilatus sagte zu ihnen, was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? Da antworteten sie alle, ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Sie aber schrien noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte, Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache. Da rief das ganze Volk, sein Blut, über uns und unsere Kinder. Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. vor dem anderenragen sind sie alle, meine sich nicht digner als Kreuzigung, uiß war in der Praxis wuli. ặtist Gabriel nen eins von